Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part let's play to getter Dungeon Defenders ohne groß mir ist es scheißegal halt stopp wir starten jetzt bei der Fürstenhof Ende ich wollte doch was nicht verkaufen und wir haben auch nicht recht eine Runde Mitleid so ich nehme mir what the fuck so viele Kisten und viele Kisten ich meine da hinten sind noch zwei Stück so machen was ich habe bis jetzt noch eine rechts kommt auf jeden Fall der Ogre ja denke ich auch da ist auch Frosie was willst du nehmen die eine Kiste könnt ihr haben Frosie du hast du schon eine Kiste eine das ist aber extrem schön ja dann warte mal wie machen wir das auf jeden Fall die kommen von hier und von hier und von hier da kommen sie von hier kann man Dreckling Lockaden hinter uns zwei Stück und hier da ist das abgesichert eigentlich ja weil mehr brauchst du auf die Seite gar nicht tun ja ähm kann es nur noch offensiv was rein tun das aber eigentlich schwach sind Drehblockaden machen wir hier eine ja ich habe nicht genügend Mana vorerst hier ist auch noch vieler so also was hier auf dieser Seite war so vier Stück dann ist die abgesichert also hier die Seite können wir jetzt ob die jetzt ganz nahe sind oder wahrscheinlich gar ja die kommen die rechte Seite können wir erstmal komplett vergessen weil da da geht einer mal kurz hingeht einer mal kurz so schon Ende ja so würde ich sagen machen wir hier zwei Drehblockaden dann kann Frosie hier oben seine Bogies platzieren aha und auf der Seite auch und dann die andere da müssen wir halt die Treppen dann sicher mit den Drehblockaden weil da kommt bestimmt auch ein Oger und da kommt auch was fliegendes da kommt was fliegendes von hier oh okay so wie es aussieht ich erstmal da oh okay ja das sehen wir dann eh okay dann starten wir einfach mal dann nehme ich mir die linke Seite und Frosie du kannst die rechte haben dann nehme ich mir die linke Seite und Chili kann erstmal das da hinten nehmen ja ich hab's auch das und doch ist keiner da so durchschnetzeln und zack so da oben ist er BAM aus in der Drehblockaden ja weil wir noch keine Drehblockaden haben ja ich brauche den Fall dringend zu zweit ist das eigentlich wieder mittel? ja das ist mittel ja da das ist klar dass du in der ersten Runde durchkommst da sind wieder Krieger dann ist alles gesichert ah hier kommen schon die ersten Fliegedinger ja Chili nimm mal das andere ich platziere hier jetzt mal ein ne Drehblockade nochmal so so gut Durchsicht Drehblockade äh ja das sollte eigentlich so passen oder? Eiz mal so was platzieren wir jetzt 5 kristall wurde gesaved hier auf der seite brauchen eigentlich nur ein bisschen abwehr und dann können wir die ruhe lassen hier könnt ihr mir ein theoretisch eine seite überlassen so gucken wir mal nehmen wir das mal auf so auf jeden fall hier kommt dann noch eine drehblockade hin noch eine kiste ja und was jetzt noch wegen der schluckdinger die von der richtung kommen ich mache hier noch eine drehblockade dann hat man da überall zwei stück haben wir noch gut ich sollte dann vorerst reichen dann testen wir es mal irgendwas auf null da oben sind auch die dann nehme ich mir jetzt die oberen das recht sollte halten ja da kommt ein flugvieh schon so weg what the hell was ist blöd alter der 1300 läuft to hit ja das ist der flug ding da brauchen wir auf jeden Fall ganz viele da muss auf jeden Fall ein Star kommt hier kommt hier kommt hier I'm waiting for you du hörst dir scheißdinger sah ihr müsst auf jeden Fall haben muss ich von hier hin das kommt noch wo wird angegriffen hier bei mir ach da fliegevieh ah ist weg alle diese ninjas alter wenn die mich angegriffen ich bin die hauen mich so weg so dann baue ich mal wie dann baue ich mal ein paar geschütze für die kristall safe und so von den flieger dingern beide seiten so das bekommt er schon unter kontrolle oder aha dann kann ich den hier verkaufen ja macht ihr mal so ich bräuchte dann halt noch Mana ah hier liegt genug ja ich seh's grad dass ich da einfach kurz mal durch durchgehen kann so eine ach ich starte auch mal so dann kann ich nämlich die andere seite auch so sichern also der kristall sollte sollte gesaved sein aber auch noch eine kiste ne ja ich muss dann eh noch dinger machen das hat man irgendwie bei meiner seite meine items weg genommen Entschuldigung ja ja wir müssen die versuchen schnell aufzuheben so ein bisschen dual aufzuheben weil die verschwinden ja nach einer Weile ne mhm so okay also ich werde mal die Ego perspektive ist scheiß beim Barbaren den hier auf so jo ja ich bin auch ready sollte reichen oh 106 ist mal ein Monster da unten schon ey mhm da kommen nicht so viele so durch das geht's oh scheiße wie diese Bomben sind sie hier ja man krass ja ja boah was will der Ninja die schnittlo ich weg so aufwerten zack durch Junge und weg man muss sich definitiv aufwerten oh bei mir meine Drehblockaden wo wird angegriffen das hatte ich gemeint das sind wahrscheinlich die Flugdinger ja das waren die Flugdinger so zack durch und jo bei mir ist ready bei mir ist alles down so hält das da unten so wieder angegriffen so bisschen Mana Clown dann kann ich den auf 2 aufwerten aufwertung so oh dä so einmal zweimal wie schießen die eigentlich ich glaube wir mal ein bisschen Mana Chili dann setze ich wieder was hin von wo zack oh ich kann nichts mehr platzieren wo okay das heißt kaufen auf der anderen Seite kommt hier noch einer hin also ganz ehrlich ich würde vielleicht sogar sagen hier hinter dem Kristall diese Bogenschütten weil diese Bogenschütten die halten dann halt diese Fliegeviecher da auch jetzt erstmal brauchen wir hier doch einen Kanonenturm der so schießt das passt kann man dann gleich aufwerten ups der ist falsch der muss dahin dann schießt er genau mit dich durch so auf jeden Fall jetzt aufwerten 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 habe ich schon aufwerten erwähnt ja ok mir fehlt ein Mana ich schaue gerade auch noch um ob ich irgendwo Mana vergessen habe oder liegen lassen habe so also da kommen schon 14 Flug einheiten auch bei dir überall ja aber das hält das ist gut so keiner hat jemand ein Mana für mich ein einziges dann kann ich dir doch zwei aufwerten Moment komm zu mir chili 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 mein Mana ich hab dich nur verarscht ich hab einen Mana für Komor das ist der eine Mana den ich dir damals dicht gegeben habe oh scheiße ok von mir aus go jetzt muss ich heute das alles auf 2 und bla aufwerten oh oh wir climben ok so ja das ist mir egal ob der von dem Fliegenden angegriffen wird oder nicht aufwerten ja die Nerven sind richtig böse ja vor allem wenn du diese scheiß Magia bauen willst und das dauert so ewig du musst kurz vorm Fährig sein dann springt du dich an das ist natürlich böse boah du dumme Ninja geh weg und ey wieso sind die da durchgekommen verdammt nochmal aufwerten mach mich erstmal selbst hier jetzt kann es weiter gehen hat irgendeine Drehklingenblockkarte von mir gerade ein Geist aufgegriffen diese Explosionen von diesen Typen die haben ja auch überhaupt keine Reichweite oder so ne hübschle 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 irgendwie reparieren oder aufwerten oder so hübschle 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 ich hoch hübschle 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 ich passt aufstieg jetzt noch ein bisschen was auf meine tonalismus ne brauche ich nicht ich glaube noch mal ein bisschen mana irgendwo dann kann ich noch einen kanonenturm platzieren chili ich brauchst du die waffe 1 60 ja aber die ist nicht so gut wie deine auch wenn ich im weg rum hat er noch übriges mana dann kann er den letzten dings noch aufwerten wieso klaus du mein mahl da hinten das brauche ich zum aufwerten du kackbohnen ja die kiste meine allererste kiste ja dann hau die da rein warte bekommst du doch es mal mit ja kommst du doch das war da was ich hab aber ablegen das wird den den turm hier auf doch ein denn mehr mana haben wir ja noch nicht ach scheiße jetzt habe ich total ähnlich reparieren auch bei mir der braucht auch noch ja 400 mana noch dann ist alles auf 2 auf gewertet gut das kostet eigentlich okay dann von mir aus go jetzt habe ich aber gar nicht geguckt wo was rauskommt ja ich auch nicht wirklich naja schnetzel, 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 schnetzel alter, die simp1-hit ich komm mal rüber ein o-geist erschien wo? nicht bei mir oh ich glaube der ist bei mir drüben oder war der ist bei mir? nicht so viel für auf unserer seite definitiv ich werte die verteidigung eben auf oh ich glaube bei mir kommt auch ein oga japp bei mir ist auch ein oga da ja der ist auf meiner seite ist der oga oh der hat ja nur 32k live oh ja ich kann aufworten reparieren ich sollte mich healen und ihr solltet das eigentlich kaputt machen ja alter nicht meine drehblockaden putt machen böse oga böse oga ich habe gesagt böse ist oga böse oga komm her komm her ogi ja bei mir dauert es ein bisschen bis der oga down ist what the hell ich sollte mich selbst healen oh jetzt bekommt er damage und eventuell das hier reparieren komm mal da rüber ein bisschen stirbt er jetzt endlich der oga danke so ach mr ninja müssen wir einen wieder nerven wart ab wenn ich die da machen kann seid alle da boah dann seid alle getotet 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 ja getotet wer unterbringt mich hast du ein glück du ninja hast du ein glück hatte der glück wie läuft es bei euch oh gut machst du es gut wenn es gut läuft so aufwerten nochmal und rapper real alle sind ja schon bei der hälfte jo der angriff ist immer die fliegenden kannst du eh kaum was machen so reparieren 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 okay ich komme mal ein bisschen rüber zu dir jo bei mir ist leer ich muss nur noch die dings säubern die bogeys hier oh da kommen noch flug flug einheiten aber die sollten eigentlich locker sterben und wie sie sterben alter ich meine armbrüste die flug einheiten weg schnitzel richtig krank genauso wie die bogeys von frosi rot durch schnitzel schnitzel die schnitzel meine werden sowieso wieder hoch die hälfte also also die schnitzel bei euch kommen irgendwie mehr als bei mir mich selbst ungerecht und so sollte mich mal hin ich hatte dafür gar kein wollte augen würdest du was gesagt er wäre bei mir fast durchgebrochen aber nur fast da da eine lebt noch auch da ist er die 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 und erlaubt erlaubt um ich glaube ich sage ich will jetzt ich habe jetzt 2,3 kann jetzt 1,3 kam 80 120 blitzschaden ein schwert 9 oder heute 94 und 8 84 gift oder anders wollten wir ja später machen rückstoßen noch noch nichts verkaufen gehen jetzt wieder zurück da liegt noch was gelieb das ist die auf der karte diesen grünen punkte oder liegt auch noch irgendwo was da ist er aller geben was aber da ist noch was gut nicht nur an den grünen punkten du weißt du siehst du auch diese kleinen schwarzen Flecken nach und zu das sind auch Sachen jetzt sieht es aus als wäre alles weg ja also dann kann man zurück zum jawohl was direkt direkt hier hinten dran war noch was ok zurück zum gasthof ja wer verkauft hat ist jetzt selber schuld das haben wir letztens gesagt immer zurück zum gasthof den dann beenden und dann verkaufen so beim trunzel geht es das nächste mal weiter ich weiß gar nicht wie viel wir noch haben ich bin okay mich will fürs zusehen und sage tschüss wir sehen uns beim nächsten mal bei let's play dungeon defenders zusammen bis dahin tschau tschau wobei der Verbot man auch mal in die Waffen die und und weiter ich brauche Geld die wir die tiefen Geld und wo der Eiger Prozent ja bis dahin Jojo sagt auch froh sie sagt ja auch sagt auch wenn sie bedarf es bloß die Jojo